Friedrich Rückert, Barbarossa Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedrich, im unterirdschen Schlosse hält er verzaubert sich. Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt. Er hat im Schloss verborgen, zum Schlaf sich hingesetzt. Er hat hinabgenommen des Reiches Herrlichkeit und wird einst wiederkommen mit ihr zu seiner Zeit. Der Stuhl ist Elfenbeinern, darauf der Kaiser sitzt, der Tisch ist Marmelsteinern, worauf sein Haupt erstützt. Sein Bart ist nicht von Flaxe, er ist von Feuersglut, ist durch den Tisch gewachsen, worauf sein Kinn ausruht. Er nickt, als wie im Traume sein Aug halb offen zwingt und je nach langem Raume er einem Knaben winkt. Er spricht im Schlaf zum Knaben, Geh hin vor's Schloss, o Zwerg, und sieh, ob noch die Raben herfliegen um den Berg. Und wenn die alten Raben noch fliegen immer dar, so muss ich auch noch schlafen, verzaubert hundert Jahr. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!